Ich bin Urs Hodel bei der IWB, Leiter der Akquisition im neu geschaffenen Geschäftsbereich Wärme. Fernwärme und Wärmeverbünde haben grundsätzlich den gleichen Vorteil. Sie bieten nachhaltige und komfortable, sichere Wärmeversorgung für Kundinnen und Kunden. Und bei IWB kommen sie immer aus erneuerbaren Quellen. Wenn wir einen Energieverbund entwickeln, analysieren wir die Situation vor Ort. Wir suchen natürlich vorkommende Wärmequellen, wie Grundwasser, Freiwasser, Pellette oder Halsschnitzel sein, oder sogar eine Verbindung zu der Fernwärme. Aus diesen Quellen kombinieren wir einen guten Mix, der die nötige Komfortwärme zur Verfügung zu stellen. Nach wie vor liefern die Heizungen der Gebäude einen grossen Anteil an den CO2-Emissionen. Wir sind also darauf angewiesen, schnell und effizient die Umstellung zu machen, wenn wir die Energiewende arbeiten wollen. Mit Wärmeverbünde nutzen wir die bestehenden Quellen im grossen Stil und sind so in der Lage, ganze Strassenzüge oder Quartiere praktisch auf einmal in erneuerbare Energie zuzuführen. Mit Wärmeverbünde 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 Sprecher